Was tun mit dem letzten Neuseeländerspinat? Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich bin Kerstin, Gartenmonis Tochter. Ich habe gestern den letzten Neuseeländerspinat aus dem Garten raus. Da zeige ich euch gleich mal noch ein Foto, wie das ausgesehen hat und wie viel das war. Aber einen Teil davon habe ich gestern Abend schon verkocht, aber ich habe immer noch jede Menge da. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich mir wiederum gedacht, überlege ich einfach mit euch zusammen und zeige euch meine letzte Ernte in diesem Jahr, weil, wie ihr vielleicht wisst, Neuseeländerspinat ist ja nicht winterhart. Das heißt, er würde jetzt, es hat bei uns das erste Mal nämlich geschneit vorgestern, der würde jetzt demnächst kaputt gehen, wenn es jetzt kälter und nässer wird. Und das wäre jetzt echt so schade gewesen, weil den habe ich jetzt wirklich für mich entdeckt. Den Neuseeländerspinat haben wir dieses Jahr das erste Mal ausprobiert. Da bin ich drauf gestoßen über diese alten Bücher, die ich euch auch immer wieder vorstelle in den Videos, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich verlinke mal die Playlists unten in der Videobeschreibung. Und außerdem auch das Video, wo ich den Neuseeländerspinat vorstelle, wie man erntet und so weiter. Ein paar Eigenschaften dazu. Gibt es nämlich auch ein separates Video. Jetzt zeige ich euch mal meine letzte Ernte. Und dann zeige ich euch, was ich damit mache. Hier seht ihr die große E-Mail-Schüssel von meiner Oma noch. Das ist nicht die, die ich auch zum Brotbacken verwende, sondern eine noch größere. Die war gestern bis hier oben hin voll. Ich habe also bloß ein Drittel gestern Abend noch verarbeiten können. Ich habe den dann gestern abgedeckt mit einem feuchten Küchentuch und eingewickelt in so eine Plastiktüte, damit er da schön frisch und feucht bleibt. Hat auch sehr gut gehalten. Seht ihr, also er fängt jetzt nur an manchen Blättern. Das hier sieht schon ein kleines bisschen welk an, aber die meisten sind noch richtig gut. Gestern habe ich mir davon ein Essen gekocht. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Da habe ich mir nämlich noch so viel gemacht, dass ich heute noch einen Rest habe. Das ist das hier. Da sage ich euch mal kurz, wie ich das gemacht habe, falls ihr das nachmachen wollt. Bei mir gibt es jetzt hier immer keine Mengenangaben, weil ich ja nie weiß, wie viel kriege ich aus dem Beet raus. Ich habe einfach eine Spüle voll Blätter praktisch gewaschen, hier gespült, dann klein geschnitten, gekocht. Also wie klein geschnitten ist, seht ihr hier. Das zeige ich euch nachher auch noch einmal, wie ich das dann mache. Gekocht. Dann habe ich es gewürzt mit Gemüsebrühe, Pfeffer, ein bisschen Chili, Paprikapulver, bisschen Muskat und bisschen Kümmel. Und dann habe ich gehackte Tomaten mit reingemischt. Und einen großen Löffel Frischkäse. Habe Nudeln in einem Extratopf gekocht und wie die fast fertig waren, habe ich sie hier mit reingemischt und nochmal zusammen ein bisschen köcheln lassen, damit der Geschmack auch in die Nudeln reingeht. Ja, und dann war es eigentlich fertig. Ein bisschen abschmecken am Schluss noch mit Salz und Pfeffer, wie man es halt mag. Und dann genießen. Am Schluss habe ich dann noch, wie es heiß war und ich das auf dem Teller habe, noch mit geriebenen Käse drüber. Das schmeckt auch extrem gut. Das ist die eine Möglichkeit mit Nudeln. Das Ganze könnt ihr aber auch ohne Nudeln einfach in Blätterteig zum Beispiel einwickeln und im Backofen geben. Das ist ein sehr schnelles und sehr leckeres und gesundes Gericht. So, das soll es jetzt mal zu dem Essen gewesen sein. Das hier, wie gesagt, ist jetzt der Rest von meiner gestrigen Aktion. Und zum Verarbeiten geht man einfach her. Man verwendet nur diese, ja, pfeilförmigen Blätter. Die sehen ja wirklich sehr, sehr schön aus. Da gehe ich auch in dem anderen Video drauf ein. Die schimmern so leicht silbrig teilweise. Das sieht man, je nachdem, wie das Licht einfällt, sieht man das ein bisschen. Hier bei dem vorderen zum Beispiel erkennt man es schon ein bisschen hier, wie das so silbrig schimmert. Also man zupft jetzt, das ist halt ein ganz schöner Aufwand eigentlich, diese ganzen einzelnen Blätter ab. Ich mag es immer so, ich stelle mir die Schüssel neben meine Spüle, die ich schon mit Wasser gefüllt habe und zupfe hier die Blätter einfach ab und schmeiße die dann in das Wasser rein. Weil der Neuseeländer Spinat wächst ja bodennah, zumindest bei uns. Den kann man als, also bodendeckend wachsen lassen und deswegen auch als Unterpflanzung von zum Beispiel Tomaten besonders gut verwenden. Oder man kann ihn auch in die Höhe klettern lassen. Dann ist er halt am Schluss bei der Ernte nicht ganz so erdig. Auf jeden Fall muss man die Blätter erstmal gut waschen. Und dann mag es ich immer so, dass ich die klein schneide, wie ihr es jetzt gerade bei dem Essen gesehen habt. Und wenn ich die dann klein geschnitten habe, dann kann man es, dann werde ich es jetzt so machen, dass ich den einfriere. Eine Portion hatte ich schon bei meiner letzten Ernte eingefroren, das war nämlich auch so viel. Da habe ich auch so gemacht, dass ich einen Teil gleich verkocht habe und den anderen Teil eingefroren habe. Und das mache ich jetzt bei dem wieder. Den Neuseeländer Spinat kann man einfach roh schneiden und roh einfrieren. Also den muss man nicht erst blanchieren oder so wie bei anderem Gemüse. Kann man einfach roh einfrieren und wenn man dann auftaut, dann halt entsprechend gründlich kochen. Ich zeige euch jetzt mal, wie er im gefrorenen Zustand ausschaut. Also hier habe ich meinen Gefrierbeutel gerade mal rausgeholt und aufgemacht, damit ihr es seht. Wichtig ist nach dem Waschen und Schneiden, dass man erstmal kurz wieder abtrocknen lässt oder zumindest weitestgehend ein bisschen abtupft und so. Weil je mehr Wasser man noch dran hat, desto mehr Eis hat man dann zwischen den Blättern. Und um das zu vermeiden, tupft man sie am besten ein bisschen ab und lässt sie abtrocknen und füllt es dann erst in die Gefrierbeutel oder Gläser, Behälter, je nachdem, wo ihr es halt gerne einfrieren wollt. Durch einfrieren kann man also den Neuseeländerspinat gut haltbar machen und dann eben den ganzen Winter über, je nachdem wie viel man hat natürlich, genießen. Wie macht denn ihr euren Neuseeländerspinat haltbar? Gefriert ihr den auch ein oder macht ihr das irgendwie anders? Dann schreibt mir das bitte gerne mal unten in die Kommentare. Wenn euch mein Video, die Tipps gefallen haben, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Gartenmoni-Kanal und aktiviert die Glocke fürs nächste Video. Abonniert auch unseren Newsletter, der wöchentlich erscheint und schaut mal bei uns im Shop vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Kerstin.